So, und da sind wir wieder bei Dragon Ball Xenoverse. Bei denen klappt das irgendwie besser als bei den anderen. Der hat nicht so viel aus. Warum auch immer die zwei Lebensbalten haben. So, ich schlage sie dann nämlich auch nicht. Okay, schlage ich ihn halt. Hier, fang! Er hat mich abgehalten davon, ein Super Saiyan zu werden. Es geht! Fang! Ja, da ist es immer wieder auf jeden Fall nicht. Ich tue das auch weggehen. Ich tue das auch weg. Ich tue das auch weg. Wie viel EP kriege ich dafür denn? Wüsste ich gerne. Was auch immer das war. So, jetzt, wer hat gefälligst getroffen? Dad, sorry, ich konnte mich nicht kontrollieren. Ich bin mir selbst. Geh' jetzt raus, Gohan! Ich werde die schwelle Magie kontrollieren. Gohan! 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 Gohan, kämpf! Demokras magik! Gohan, kämpf! Geh' jetzt kämpf! Nur ein wenig mehr, bis du schweigst! Noboku stirbt! Noboku stirbt. Ich hab' wieder sich hier rumportet, der Gell. Hauptsache, der WG hat fast noch alles Leben. Ja! Genau! Oh, portet sich zu mir, greift mich kurz an. Geht dann wieder weg. Hallo, hier bin ich. Tschüss, da bin ich wieder weg. Oder wat? Vater, open your eyes! Please! Vater, don't let them ever control you! I know you're stronger than that! Schau' jetzt! Vater! Kannst du mich hören? Zeig's ja auch! Was? We're almost there! So... Endlich! ... ... ... ... ... Erstmal zurück zum Zeitnest und dann mache ich weiter. Mal sehen, wie ich... ... also gegen wen ich jetzt kämpfen muss. ... 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 Wir haben ja alle Zeit der Welt. Die Zeit der meine Ascension hat es geschafft. Ich habe es geschafft! Ich bin endlich frei! Ich bin endlich frei! Willkommen zurück, Tide-Patroller. Es scheint, du bist zu late. Toki-Toki ist in meiner Hand. Ich bin ein neuer Darkman. Einer, der kontrolliert alles von Tide und alles von Spanien. So dann. Aber du möchtest für mich arbeiten. Du kannst leben wie ein Gott. Alles, was du nie möchtest, wäre dir. Das kann ich noch jetzt schon. Wer will mich denn daran hindern? Ja. Es tut mir leid. Es scheint, dass deine Freunde deine Freunde jetzt machen. Ich bin jetzt meine Bege. Begut, du bist durch die Demi-Grasse-Mage. Suprem Kai Tau. Ich meine Ex-Suprem Kai. Ich glaube, deine Services sind nicht mehr in diesem Zeitraum. Du menössiger Fuhl! Gib ihn zurück! Toki Toki ist nicht deinem! Wissen Sie, was passiert, wenn du einen Gott defiesst? Wissen Sie? Du bekommst eine gewisse Retribution! Was ist das für eine Attacke? Richtig nervig. Das überlebt er dann nicht so leicht. Sonst hier überall total Stärke haben, aber wenn sowas den trifft, dann ist der schnell weg. Oder was? Fang! So, jetzt können wir vernünftig kämpfen. So, dass wir eh besucht werden. Aber die Form finde ich cool. Wie geht's? Ihr habt eure eigenen Freunde ohne Gefangelschicht. Vultranz muss gehen zu sehr schädchen. Das war's, Demigra! Es ist okay. Es geht mir noch. Was? Die versuchen zu eskippen meineットung. Es geht um die Magie des Demigra. Das ist Magik! Nichts Worry! Ich brauche eure Hilfe! Nur weiterhelfen! Schuss! Du verdammten kleine Hinschreie! Geh nicht zu schlafen. Soon you'll be my puppet too! Your magic won't work anymore! Give it up already! Cheeky little thing! So, if it's a fight you won, then a fight you'll surely get! You shall now see the power of the demon god! Be careful! This power is even greater than before! And you're not supreme, loser! This world now has the only god it needs! You will worship me and despair! You're still so strong as before! Also, der hat wirklich immer noch keine andere Stärke, weil sonst wird der das doch viel leichter abwehren können! Goku! Demigra! Stop this! You're so mad! Why won't my godly magic work on you? Huh, I don't know either! It might be, I don't know, that I became a god once! A god like you! Maybe that might be your eye! Must be it! A super saiyan god! Scissors of theometrik! Huh! You're not doing it! Oh shit! You're distint! So, out there! Okay, you need the game, that's okay! Dann gebe ich dem Todesball. Fang! Ja, mein Todesball ist schon stark. Äh, kein Todesball. Der Komponationspark. Äh, äh, um, sorry. So, where's Toki-Toki? The jerk Demigra swallowed him. We have to get him out. How dare you! Shoot! Found it! Grab onto me! Da musst du dich gerade mal husten. Splendid! Now this is a true fight! I will totally hug you if that's something... Ja, ja. Wir wissen, was du sagst. Ich will mich nur halt immer anpassen jetzt hier. Um stärker zu werden. Ich könnte natürlich auch einfach so durchmachen, aber... Na ja. Das wäre zu einfach. Das wäre einfach zu einfach. Und das wäre das... Was ist... Nachdem, dass alles zerstört wird, werde ich eine neue Geschichte machen. Meine Geschichte! Was? Was bedeutet das? Was denkst du? Alles ist weg! Demograa! Stopp! Die Hände in der Mitte, die wir verletzen können! Die Hände in der Mitte! Die Hände in der Mitte! Die Hände in der Mitte! Was ist jetzt schon mal in der Mitte! Das war's für mich! Nachdem, dass alles zerstört wird, werde ich eine neue Geschichte machen. Meine Geschichte! Was? Was bedeutet das? Was denkst du? Ja! Demikraa! Stopp! Die Mädchen! Stopp! Hol'ötig! narration nochmal grad berty Letztletast Was bist du? Was in der Welt bist du? Nach dem, wie kannst du immer noch sein? Ich verstehe. Du willst interferieren, oder? Du bist? Ich werde nicht zurückgehen, dann! Mit jeder Seite meiner Unbezüglichen Kraft! Ich werde dich verletzen! Du wirst regeln den Tag! Ich werde dir dein verletztes Leben aus der Vergangenheit! Ich werde dich verletzen. Du wirst nie existieren! So, aber ich würde erst mal sagen, das wäre es für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!